Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du mit eigentlich so einem Taschenmesser hier eine Dose richtig öffnen kannst. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei einem Taschenmesser haben wir hinten jetzt den stumpfen Haken und hier vorne den etwas größeren Haken, welcher auch die scharfe Schneide hier ist. Ich setze den kleinen Haken hier außen, also von außen an die Dose und schaue, dass die Schneide natürlich von der Innenseite dagegen drückt. Und jetzt einmal mein Taschenmesser so nach innen drücken, dass wirklich ein leichter Druck auf den Dosenrand entsteht. Und dann hebele ich dieses einfach mal nach oben, dass die Schneide innen drin schön in meine Dose hineingeht. Nun das Taschenmesser wieder zurückhebeln und nicht den Fehler machen, dass wir es jetzt nach vorne hier durchschneiden möchten, sondern einfach wieder ein Stück weiter nach hinten gehen, dasselbe Spiel wieder ansetzen und die Dose erneut einschneiden. Das benötigt jetzt einfach etwas Übung und so gehen wir einmal komplett um die ganze Dose rum. Zum Schluss würde ich noch ein kleines Stück von dem Deckel hier übrig lassen, denn dann können wir den Deckel einfach mit unserem Taschenmesser nach oben umklappen und schon haben wir die Dose mit unserem Taschenmesser richtig geöffnet. Für zu Hause empfehle ich dir trotzdem immer einen richtigen Dosenöffner zu verwenden. Mit diesem geht es nämlich um einiges leichter und vor allem auch schneller. Ein weiterer großer Vorteil von solchen richtigen Dosenöffner ist der, dass keine scharfen Kanten entstehen, an denen man sich schneiden kann und wir können den Deckel natürlich wiederverwenden. Wenn du dir jetzt für zu Hause also so einen hochwertigen Dosenöffner hier oder auch ein richtig scharfes Taschenmesser zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür wirklich nur Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller in seinem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in den Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.